Die Wahrheit Die unabänderliche, schlussendlich gültige Wahrheit ist ein Konstrukt, das wir um die Welt legen. Man sagt immer, man muss etwas aufgeben, wenn man berühmt ist. Doch das stimmt nicht. Man muss alles aufgeben. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollen oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein, nur eine große Stadt, und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Schaue in die Stube, nur Tür und Fensterglas, und ich warte, und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käm' ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wär's etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar so glücklich wär, hätt' ich ein Weg nach dem Traurigsein. Dann war es noch nicht. Dann war es noch zu, wie ich mich lieb hat. Und ich sage, Vielen Dank.